So, hallo liebe Freunde des Rechts, ich komme gerade aus einer Podcast-Aufzeichnung mit dem Bayerischen Rundfunk und ich bin ja immer so unkreativ, dass ich einfach die gleichen Themen, für die sich die Journalisten interessieren, auch dann hier auf dem YouTube-Kanal abhandle. Und da geht es heute um die BGH-Entscheidung, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll zur Klarnamenpflicht auf Facebook. Und da muss man erstmal gucken, wer ist jetzt hier eigentlich für was, denn in den Medien ist das auch ein bisschen verwirrend manchmal. Da heißt es, Klarnamenpflicht könnte kommen oder auch nicht oder Recht auf Pseudonymität. Also Facebook hat die Position, sie wollen die User dazu zwingen, unter Klarnamen aufzutreten, wer keinen Klarnamen verwendet, dessen Account wird gesperrt. Und das führt manchmal auch dazu, dass man, wenn man schon einen Namen hat, ihn nicht mehr ändern darf, zum Beispiel, weil man seinen Namen falsch geschrieben hat oder weil man ein Pseudonym verwendet hat, mit dem man bisher gut durchgekommen ist. Die Kläger möchten gerne unter Pseudonym auftreten, weil sie sagen, dass Klarnamen dazu führen, dass sie verfolgt werden. Der eine Kollege, der den Fall vorher vertreten hat, bevor es zum BGH ging, ist auch ein AfD-Anwalt. Aber das bedeutet deswegen nicht, dass so eine Rechtsposition nicht berechtigt sein muss, denn ich halte eigentlich die Position für nachvollziehbar. Ich glaube auch, dass Leute unter Pseudonym auftreten können sollten, dass sie also nicht gezwungen werden müssen, unter Klarnamen aufzutreten. Auf der anderen Seite würde ich mir aber wünschen, dass die Namen irgendwo bekannt sind. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass zum Beispiel Facebook, und ich weiß, wenn manche Leute jetzt sagen, um Gottes Willen, Facebook kann man doch nicht trauen, aber mir ist es lieber, man hat die Daten zunächst einmal beim Plattformbetreiber, muss sie dann aber nicht öffentlich verwenden. Das ist also hier dieser Mittelweg, denn Facebook schützt an dieser Stelle ein wenig heuchlerisch vor, dass die Klarnamenpflicht nur dafür da sei, um Sicherheit auf der Plattform zu gewährleisten. Und das ist allein deswegen schon heuchlerisch, weil wir so oft schon erleben, dass Facebook genau diese Sicherheit ja herstellen könnte, indem sie beispielsweise zu einem Account die IP-Adresse mitteilen könnte oder die E-Mail-Adresse, mit der sich ein User angemeldet hat. Man schreibt dann dahin, ich meine mit Mann, eigentlich die Staatsanwaltschaft oder die Polizei und dann kommt da als Antwort, das müssen wir erstmal näher erklären. Und wenn sich dann herausstellt, es geht nur um eine Morddrohung, dann sagt Facebook, oh, wir haben uns das angeschaut, nach unseren Policies werden wir Ihnen hier keine Auskunft erteilen. Es bleibt Ihnen unbenommen, ein Rechtshilfeersuchen über den diplomatischen Weg einzureichen. Und da weiß jeder, das versickert natürlich auch im Nichts, wenn man ein solches Ersuchen macht. Und dann sind die Ermittlungsbehörden leider in der Situation, dass sie dem Anzeigenerstatter sagen müssen, ja, tut mir leid, man hat zwar angedroht, dich zu Tode zu vergewaltigen oder bei lebendigem Leib zu teeren Federn zu erschießen, aber wir können dagegen nichts machen. Die Daten sind bei Facebook und da kommen wir nicht dran. Das ist hochgradig unbefriedigend und zeigt an der Stelle jetzt eben auch auf, Facebook geht es nicht um die Sicherheit der User. Worum es denen geht, ist Werbeeinnahmen, ganz primitiv. Ein Profil mit einem echten, überprüften Namen ist viel mehr wert, weil ich damit ausgerichtete, zielgruppenspezifische Werbung verschicken kann. Und für eine solche Werbung kriege ich viel mehr Geld, weil der Werbekunde natürlich auch viel mehr bereit ist für eine Werbung von jemandem, den ich kenne, von dem ich die Eigenschaft Geschlecht, Alter, Einkommensverhältnisse, Wählerpräferenz kenne. Dem kann ich gezielt Werbung schicken, anstatt der 10- oder 20-fachen Menge von Leuten die Werbung zu schicken, die sie gar nicht interessiert. Und das ist auch der Grund, warum Facebook sich interessiert für die Verknüpfung der Datensätze mit Facebook, denn er betrifft WhatsApp, denn bei WhatsApp habe ich eine Handynummer und an der Handynummer hängen natürlich nochmal mehr weitere Informationen. Insofern ist das Interesse von Facebook durchschaubar. Eine Besonderheit bei dem jetzigen Prozess wird folgendes sein. Die Accounts sind angelegt worden vor dem Jahr 2018. 2018 war das Jahr, wo die Datenschutz-Grundverordnung auf europäischer Ebene in Kraft getreten ist. Und das war die Kehrtwende für den gesetzlichen Anspruch auf Nutzung eines Pseudonyms. Bis dahin galt im deutschen Bundesdatenschutzrecht die Verpflichtung für Anbieter, Pseudonyme und anonyme Nutzung möglich zu machen. Mit der Datenschutz-Grundverordnung ist dieses Recht des Users weggefallen. Das war ausdrücklich nicht da drin. Man hatte es versucht reinzuverhandeln, aber die anderen Mitgliedstaaten waren dann dagegen. Deutschland konnte sich mit dieser Position nicht durchsetzen. Gleichwohl steht es im Telemediengesetz drin, muss allerdings europarechtskonform ausgelegt werden, weshalb man zu dem Ergebnis kommen könnte, dass nach 2018 eine Klarnamenpflicht möglich ist und der User keinen Anspruch darauf hat, Pseudonym oder anonym einen Dienst zu nutzen. Und jetzt ist das Besondere, dass der Bundesgerichtshof in der mündlichen Verhandlung gesagt hat, wir werden für diese Fälle, wo die Accounts früher angelegt worden sind, das alte Recht anwenden und die Klausel zur Klarnamenpflicht nach diesem Maßstab beurteilen. Und das ist insofern interessant, weil man ja auch hätte annehmen können, dass durch die Gesetzesänderung und die immer wieder aktualisierten AGBs Facebook sich später auf einen rechtmäßigen Zustand hochgearbeitet hätte. Und das scheint der BGH wohl nicht so anzunehmen. Das müssen wir noch abwarten, wie es dann genau in der Entscheidung steht. Also könnte rauskommen, dass alle Leute mit einem alten Facebook-Account wie ich und viele andere Leute, die Facebook geben, nicht erst in den letzten vier Jahren entdeckt haben, dass die eine pseudonyme Nutzung beanspruchen können und somit dann auch den Namen ändern können auf ein Pseudonym. Vielleicht möchte ich mich ja mal anders nennen. Während diejenigen, die später zur Zeit in der DSGVO zu Facebook gekommen sind, sich möglicherweise an eine Klarnamenpflicht halten müssen. Ist noch nicht sicher, wird in der Entscheidung drinstehen, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Wir sollten jedenfalls die Sache trennen von dem Sicherheitsgedanken, denn Sicherheit kann man auf andere Weise herstellen, dafür braucht man nicht die Klarnamenpflicht. In diesem Sinne, bleibt gesund!